Willkommen zurück zu einer weiteren Gebrauchsspuren enthaltenen Folge South Park Snow Day mit einem Mann, der sich ausschließlich von dem Inhalt gebrauchter Kondome ernährt, Merle. Ich hab hier noch einen Schlammerlappen gefunden. Ich kippe Merle, ich hab dir gesagt, du sollst dich aussaugen. Hast du dir Inhalt leicht sahnig, aber auch zidronig? Nein Merle, das ist richtig widerlich, saug dir nicht aus. Getroffen! Bah! Komm raus, damit ich schießen kann! Dieser Murl. König Murl, Alter. König Murl. Der alte Moloch. Boah, da oben ist ja richtig was los. Ich muss halt mal eine Karte einsetzen, du alter Knauseri. Okay, okay. Jetzt ist die Zeit des Chaos. Ich rufe Captain Chaos. Captain Chaos, los! Auf sie! Ich wär fest! Was? Boah, was ist das denn? Er suchs noch mal! Ich lage mir schnell! Scheiße! Boah, der prügelt auf mich ein, ich werd hier gemobbt. Der mobbt mich. Scheiße, das tut echt weh! Au! Was ist das? Er soll explodieren, ich bin von hinten auf ihn drauf gestiegen, aber... Zerbrechliche Fracht, Mann! Okay, okay, ich bin ledig! Ich geb ihm Stromschläge! Ich burn ihn! Nieder mit ihm! So, Kondom hängt. Mein Kondom hängt auch, aber da drüben ist noch so ein Kanonier. Boah! Hör auf! Die Chaos-Scherken aus diesem Call-Sensor. Ja, ja, genau. Zerbrechliche Fracht, ich sorge für Schmerzen! Kleine private Bullshit-Bande. Oh, Mist, mein Arsch blutet! Ich servis! Na, wenn die Hämorrhoiden hier wieder durchdrehen, unangenehm. Ja, ich bin erschlagen! Ich hol den anderen Gummi. Bring das Gummi zurück zum Katapult-Neuling. Ich glaube, wir können's reparieren. Hast du dein Gummi denn schon abgegeben? Ja, Gummi 1 ist abgegeben, deswegen hol ich gerade Gummi 2. Wie auf einmal die Kampfmusik vorbei ist. Gummi für die Summsum. Ich frag mich, wenn ich zu lange in so einem Eisding drin bin, bin ich dann ein Eis-Klumpen. Ich frier's dann ein, ja. Hast du schon probiert? Nee. Aber ich geh davon aus. Ja, ich bin ein Eis-Klumpen. Was, das Katapult repariert? Da kamen Schläger! Da war noch ein Junge drin! Wo ist er hin? Hä? Hä? Wird das jetzt ewig schneiden? Hätt er mich jetzt weggepuckt? Hast ihn gesehen? Warte mal, ich geh nochmal rein. Hä? Da war ein Junge drin. Na, da war ein Junge drin. Mit Kampeln zu kooperieren, schadet dir nur. Was? Nein. Boah, hier ist richtig Kiste und Materie. Ich hab richtig, irgendjemand richtig in die Kiste geömmelt. Gleich gibt's Prügel! Hast du gerade mich geschlagen? Runter von ihm! Du hast mich geschnitten! Brenno! Scheiße! Sieht auf mir! Diese Kinder legen sich auf mich drauf, was soll das? Schlechte Entscheidung, Viertkössler. Au! Arschlauch! Ich führe die mächtige Macht! Oh Gott! Boah, den hab ich richtig angekokelt. Er sagt, wow, Arschlauch in das im Hintergrund. Ich mach nur meine Arbeit! Autsch! Boah, da oben! Die Magi-Bären! Sie haben Käsebällchen! Und Käsebällchen! Oh! Absolut geschützt! Hm! Bin erledigt! Oh nein! Abgelehnt! Wir brauchen mehr Truppen! Los, Marschwalker! Ha! Nein! Die Marschwalker! Oh nein! Wow! Hey! Er will im Eis kämpfen! Ah, hier mit meinem Bullenritt mach ich halt richtig Damageos! Vergiss es! Dafür wirst du bezahlen! Oh! Getroffen? Nein! Ich bin erledigt! Nein! Ich bin erledigt! Nein! Oh nein! Du wachst es! Oh scheiße! Schnell! Spring da runter! Und verschwinde aus deinem Blickfeld! Moment! Erstmal noch hier alles looten! Hier hinten ist noch dunkle Materie und Kram! Ja! Achso! Da kommen wir ja her! Ja! Aber da war nochmal richtig viel Toilet Paper bei mir! Hab ich nochmal reingelootet! Schonmal nochmal schön reingelootet! Dasht! Sollen wir hier die Ecke runter oder was? Ja! Wahrscheinlich! Ich brauche erstmal einen heißen Jimmy! Heißen Jimmy aus der Kanne! Heißen Jimmy aus der Kanne! Oh guck mal hier geht es auch noch lang! Hier ist noch eine Kiste! Ja! Da hinten ist auch noch eine dicke Kiste ne? Ja! Dann lass doch da mal hin oder? Oder? Wähle eine Karte! Oder sollen wir erst die Karte von Jimmy holen? Nö nö! Erstmal das! Dann geht es gleich weiter weißt du! Die rennt uns ja nicht weg! Lassen wir hier noch die ganze Materie mitnehmen! Denn jeder... Guck mal da ist sogar noch ein Emo! Ey geil! Wir sind keine Emos! Wir sind Garfs! Haha! Garfs! Emos rauchen und... Und hassen das Leben nicht! Oh Alter hier eine Superkarte! Noch mehr Durchfall! Ich hab so eine Molotow Cocktail Karte die ich aber eigentlich gar nicht brauche weil ich ja gar keinen Molotow Cocktail hab oder? Hast du Molotow Cocktails? Nee! Boah ich könnte nochmal alle Upgrade Karten um eins erhöhen! Achso ne hier! Nach Verbrauch erzeugt der Stab einen Molotow der explodiert! Finde einfach die Karte die dich anspricht! Oh ja! Das ist mächtig! Ich hab meinen... ...Betuitenschlag nochmal verbessert! Ich hab bei einer der mächtigsten Hexen auf Reddit gehört! Ich füll meine Bullshits wieder auf! Leg dich nicht! Oh! Guck mal hier kann man doch voll... Ich füll das Spiel nicht mit! Denn es ist kein Spiel! Kann man nochmal... Kann man jetzt hier rumrennen? Oh! Ne! Kann man nicht! Jetzt krieg ich wieder Durchfall! Ich bin aufs Dach gedurchfallt worden! Ja ich auch! Ich wurde aufs Dach zurück gedurchfallt! Schnell noch ein paar Schokoriegel hier aus dem Dings! Das ist einfach so Apotheker Schokoriegel! Weißt du die in der Apotheke bekommst? Das ist ein gut! Das war ein ziemlicher Umweg! Bereit für ein Upgrade? Dann gib mal her hier Jimmy! Unüblich! Wenn Bullensturm einem Gegner trifft wirst du um 6 geheilt! Oh! Dann nehm ich mit! Du stürmischer Ritt! Ich drück dir die Daumen! Der stürmische Josef hab ich gelernt! Ich hab ne seltene Bullensturmkarten! Das ist 100% mehr Schaden! Das ist doppelt jetzt! Also ich hab ne Schwerkraftbomber freigeschalten! Hm! Kein Ding! Ich bin schließlich der große Zauberer! Klar Cartman! Danke! Dunkle After-Baterie! Es ist ein Notfall! Jemand muss mit gutem Beispiel vorangehen! Ah du Kleiner! Guck mal hier ist Kiste! Guck mal ich hab den hier gerade fertig gemacht aber! Ich hab den ja... Seine Freunde auch! Ja richtig fertig gemacht! Schöne Fresse reingehauen! Jeder muss mit anpacken! Sonst herrscht Chaos! Haha! Nein! Ich bin kein Held! Aber so ein Slow-Plow-Schiebe-Ding hab ich auch schon mal überlegt mir irgendwann zuzulegen! Und dann schön zu den Nachbarn rüberblauen! Dieser Schnee nimmt kein Ende! Ja! Ich weiß nicht! Ich find die Grafik eigentlich gar nicht so hässlich! Nein! Ich find das auch nicht schlimm! Ich find das ist schön! Schatz, wolltest du deine Schnee wegfahren? Ich find das ist schön! Schatz, wolltest du deine Schnee wegfahren? Es hat seinen South-Parkigen Grundstil beibehalten! Ich weiß es nur noch, wenn das M64 spielt so ein bisschen ne? Ja! Also mich stört das absolut nicht! Ey da hinten spielen noch wieder welche! Guck mal hier ist auch noch voll viel Kram! Hast du alles mitgenommen? Ja! Ja! Voll viel! Naja! Tonnen halt! Hier! Guck mal! Schalt in den Leerlauf! Guck mal hier! Guck mal! Du kannst ja klettern du! Du kannst ja auch klettern! Du kannst ja auch klettern! Schön rein snacken! Damit ich mein Gehirn voll mit Scheiße machen kann! Kann auch sein, dass die Maps so ist noch schwer werden! Jetzt kommen die Gegner hier! Na klasse! Befestigung! Die Schummler haben nicht mal die Prüfung abgewartet! Da muss man noch mal auf schwer durchspielen! Die haben nicht mal die Prüfung abgewartet die Schummler! Zu heftig! Boah hier muss das irgendwo ne Kanone oder so geben! Oh nein! Oh ne Bullen rein! Was kommt jetzt wieder für ein Vampir Bullshit? Oh Vampir Bullshit! Wir steigen aus der Hölle auf! Ihr seid Barbaren! Was ist das für Bullshit? Nein! Ah! Ich brenne! Oh nein! Ich brenne! Okay ihr wollt mit Bullshit spielen? Dann kann ich auch! Nein! Fick die Kerle was? Oh nein! Fick die Kerle was? Oh nein! Hier ist überall Blut! Ein Vampir ist down oder? Ich mach hier alles down mit meinem Super Bull! Hast du gerade mich geschlagen? Wer mit der Ruiznagel ist wie... Hier ist ne Kiste im Eis irgendwie einge... Ich bin tot! Ich bin tot! Dafür wirst du bezahlen! Spieler 2! Die Regeln sagen, dass man einen Kampf beenden muss, bevor man eine Dietrich-Fertigkeit einsetzt! Schlechte Entscheidung, Viertklässler! Perfekte Viertklässler! Perfekte Viertklässler! Sie bauen Katapulte? Kein gutes Zeichen! Guck mal hier ist sogar was wo man zerschießen muss! Ja sag ich ja! Da ist ne Kiste drin in dem Eis irgendwie ne? Ja! Steig in das Katapult! Ja dann brauchen wir ja ne Kanone! Und wo ist hier ne Kanü? Irgendwo muss ne Kanone sein! Hier ist ne Kanü! Dann brauchen wir nur ne Kanonenkugel und ich hab eine gefunden! Dann komm hier zu mir! Dann kannst du rein kanüen! Ich hab genug! Bitte nicht mehr hauen! Komm ich dahin! Da oben! Bitte nicht schlagen Mutti! Bitte nicht mehr in den Gisel laden! Und jetzt da rein! Bam! Wow! Oh geil die Tesla Spule! Alter das ist so krass! Ich bekomme jetzt 40% von der angepissten Energie zurück schon wenn ich Fähigkeiten einsetze! Das ist schon heftig! Das ist schon richtig viel! Ich kann richtig den Bullenritz spammen! Hey wir können jetzt hier die Katapulte knacken! Na warte mal ich hab hier noch dunkle Materie die ich einsaugen musste! Hier ist noch ne Tonne! Da gibt's noch Klopapier und hier ist noch ne Kiste! Zerstört sie! Hä? Woher kommen jetzt die Marschwalker? Weil ich das Katapult berührt hab! Die sind drüben die Marsch! Oh! Ist sie schon drüben? Ich bin direkt an der Kante! Ich bin auf einem Scheideweg! Oh Gott alter! Oh ich bin drüben! Ich hab ganz viele Pfeile im Gesicht stecken! Oh die machen irgendwelche fiesen True Moves! Oh also hat Batters euch noch mehr Verlierer gekauft! War ja klar! Boah sogar Karten entkämpft mit! Oh das muss was heißen ne? Schnapp dir den Heiler Arschloch! Dessen der Heiler? Ich mach nur meine Arschloch! Guck mal da oben auf dem Dach! Da ist noch Krom! Doppel Krom! Los Verstärkung! Lila Kiste mit Materie! Boah jetzt kommen sie von der... Der Heiling ist da! Jetzt kommen sie wieder mit den Älteren hier! Voll unfair die Älteren zu holen! Ja das ist schon irgendwie mies ne? Wenn du dann so einen Sippkässler da holst! Und dann hier auf dem Eis ist! Doppel auf ihre Knie! Autsch! Tschüss! Tschüss! Verdammte Kindergarten-Belga! Ja! Die machen doch immer nur ins Hallenbad! Musst du trinken die Pipi! Musst du ein bisschen trinken die Pipi! Ich seh alles Pipi! Achtung! Hier gibt's dunkle Updates! Aber hier sind noch dunkle Gegner! Mit Mr. Cartmanus! So Sieg! Wo gibt's die dunklen Updates? Ah ich seh sie! Ich wurde auserwählt! Und jetzt wähle ich dich! Eine Wahl aus drei Karten! Musst du auch noch eins holen! 20 Materie! Satan lächelt über deine Kirche! Ja ein bisschen Satan! Befriedet! Ja ich nehm auch so ein bisschen satanische Materie! Schön rein in mein Gesicht! Und deine Seele gehört für immer dem Teufel! Oh hier sind noch vor viele Kisten verschlossen! Wo denn? Alter hier ist ja... Wie der Ecke! Achso nee da ist ja schon der grüne Weg! Ja! Nee hier! Hier geht's auch noch mal weiter! Ganz hinten auf der anderen Seite! Da ist auch noch mal Kram! Hier waren noch mal Kisten! Hier so ne Kiste! Hier auch noch! Oh das war Medizin nur! Da oben sind auf jeden Fall zwei Kisten mit Klopapier und dunkler Materie! Das ist schon schön so! Du wenn es dich so reinlootet in den alten Körper! Ja klar! So ein bisschen Kacke im Glas! Ich mag das gern! Schön vorfermentiert auch! Ich ess nur fermentierte Kacke! Ich bin Shitaria! Shitaria! Das ist nur Shitaria! Das ist nur Shitaria! Hier ist auch ein... Einmal gewesen! Hier ist auch Klopapier! Das wird langsam langweilig! Was? Was meckert denn jetzt? Hier sind noch Kisten! Oh ich hab schon 217 dunkle Materie! Es ist... Äh 271! Das ist schon... Ja! Es ist eine Menge! Ich hab... Ja auch 260 hab ich! Und 1000 Klopapier! Na so viel glaub ich noch nicht! Bei deinem... Du hast ja den... Den Taschengeld DLC da irgendwie... Ja ich hab so'n... Ein Gelder-Max! So ich glaub wir haben alles oder? Ich glaube ja! Bereit für den großen Kampf? Du willst dich an Upgrade! Geht mal her hier! Guck mal da ist so ne Tonne! Alter! Wenn du blutende Gegner Schaden zufügt wirst du um 50% angepisst! Boah ich nehm dir hier die seltene Ausbluten-Karte! Ich hab böses Blut! Eine Dolche! Eine Dolche dafür sind auch mehr Schaden gegen blutende Gegner! Bis zum nächsten Mal! Boah hier drüben gibt's Bier! Freubier! Freubier? Wo hier auch ein Bier stand oder was? Boah sicher! Schönen Erfenweihnachtsmarkt ne? Ich hab nicht gesagt Geißenpeter! Neuling! Meine Marschwalker-Kräfte sind zu stark für dich! Dann wird mein Kumpel Kenny dich eben verprügeln! Okay Neuling, mach Prinzessin Kenny platt! Lass dich nicht küssen! Sonst bist du ihr Sklave! Wie sich ist Regn? Oh wo sie récuphelt?! Prinzessin nytish mogą banishey zero! Prinzessin Kenny! Ausland 95% Grusot Jeraks… Hier, auf den Kamigawapark Wallch… Egal, hier… Kamigawa King Kong. Kemigawa bullshintkarte! Und schtappen tauchten Kissen mit Kissen aufzuhalten! schau ab hier sein große aber so gar nicht was passiert denn hier war dazu die japano mucke ja mach den fertig ich will nicht von seinen spülen küssen wird angeschmiert er ist zu kawaii für uns ich bin ich bin weg habe ich weil ich unter seiner kontrolle war hör auf mich anzugreifen habe ich mir noch nicht ausgesucht er hat mich kontrolliert mit so einer kawaii magie weil er so große brüste hat du bist kennys sklave lass dich nicht von seinen küssen ich bin verzaubert weg hier kawaii plaster Oh, hier ist Totem Meins, ja Oh nein, ich bin verzaubert Oh, Alter, die ganze Map explodiert Prinzessin Kenny ist völlig durchgedreht Ihre heißen Küsse machen mich ganz Ihre heißen Kenny Kisses Die heißen Kenny Kisses, Alter Boah Achtung, da kommen wieder Liebesbomben Ja, ich weiß, ich bin verzaubert Ich will ihn nicht verzaubert sein Du musst ihn anzünden Ich will ja, aber er geht nicht Hier, da brennt er Jetzt blutet er, dann mach ich mehr Schaden Boah, guck ihn dir an Burning Kenny Sie haben Kenny gekillt, sich Schweine Selbst im Tod Sie ist wunderschön Müffeln Ich habe neue Kraft freigeschaltet Müffeln Müffeln Boah Gibt es noch Kisten in so einem Chrom Ja, ich habe noch ein paar gesehen Aber da ist meistens nur Schokoriegel oder so drin Einen habe ich noch Aber hier bei den Toiletten Oh, hier du Gibt es Ornamente Hast du was gefunden? Ja, da lag noch Klopapier rum von irgendwas, was vorher schon kaputt gemacht wurde Ja gut, dann sind wir durch, ne? Komm mal her, du Oh, komm mal her, du Wir sagen Wörter wie, komm mal her Und, was war das andere? Hau durch das Tor ab Komm, ist hier noch was? Ne Castelcuba Doch hier ist auch so eine kleine Kiste gewesen Ja, aber da ist noch eine Schoko drin, oder? Ja, war nur eine Schoko drin Schoko, Schmoko, brauche ich gerade nicht Ja, hier ist auch nichts mehr Wow, Spieler 2 Das ist eine Menge dunkle Materie Eine wirklich beeindruckende Ladung Ja, ich weiß Ja, da hat man ganz schön In den Hut gekackt 43 Gegner eliminiert Wo sieht man das dann? Das steht immer unten in dem Band Boah, ich habe 6000 Scheine gemacht Und 4000 59 Gegner habe ich gekillt Krasser, krasser Kram, du, ne? Wer zu lange Kürze einatmet Prinzessin Kenny hat mit unseren Herzen gespielt Butters wird berichten, dass ihre Niederlage echt cool war Jetzt mach dich bereit und geh wieder raus Oh, ganze Fußballspiel Ja So, Freunde, aber hier ist es dann schon wieder geschehen Tor Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Wir werden kommentieren Bis zum nächsten Mal Sag bloß nicht tschüchtern, Euling Die dunkle Materie muss schließlich irgendwo hin Auf Wiedersehen und Tschö Tüdelü 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 Tüdelü